Ich bin Balthasar, ich bin 24 Jahre alt. Ich identifiziere mich als nicht-binär, asexuell und auf dem aromantischen Spektrum. In welchen Bereichen deines Lebens bist du geoutet und in welchen nicht? Ich bin jetzt im September umgezogen und habe ein neues Studium angefangen, habe hier eben auch ein ganz neues Umfeld und so und seither ist es jetzt auch so, dass ich halt konsequent den Namen Balthasar verwende und eben R- und S-Pronomen verwende und von dem her bin ich zumindest diesbezüglich eben sehr allgemein geoutet, also auch im beruflichen Kontext, auch in der Uni. Und das ist mir inzwischen halt auch einfach sehr wichtig, weil ich so festgestellt habe, also davor, als ich vor allem im Freundeskreis eben nur den Namen verwendet habe, da war das für mich einfach immer total das schöne Gefühl, zu wissen, okay, das sind Leute, die kennen mich und die wissen genau, wer ich bin. Aber ich habe viel zu oft eben das Gefühl gehabt, wenn ich draußen in der Welt sozusagen mich bewegt habe, dass ich einfach überhaupt nicht als die Person wahrgenommen werde, die ich bin. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, einfach so öffentlich wie möglich ich selbst zu sein sozusagen. Und so ist es eigentlich auch im Bezug auf Asexualität und Aromantik, dass ich, also dass jetzt nicht an die große Glocke hänge, weil das ist in vielen Kontexten einfach nicht so offensichtlich wie jetzt halt meine Geschlechtsidentität, aber dass ich einfach so offen wie möglich damit umgehe. Und wenn es irgendwie zum Thema wird, dass ich auch drüber rede, egal in welchem Kontext jetzt. Also sei das jetzt irgendwie mit KommilitonInnen oder Leuten aus dem Freundeskreis oder so. Also dass ich da einfach auch will, dass andere verstehen, wer ich bin. Und eben auch gerade, weil das alles Begriffe sind, also nicht binär, asexuell und aromantisch, das sind Begriffe, mit denen können viele Leute nicht so wirklich was anfangen oder sie wissen nicht, was das ist. Und dann freut mich das dann auch, wenn ich quasi so der Sache ein Gesicht geben kann, das irgendwie erklären kann und ja auch Leuten vermitteln kann, es gibt so Menschen wie mich. Ich habe am öffentlichsten quasi mit Vorurteilen zu kämpfen, die in Bezug auf mein Geschlecht sind, weil es überhaupt kein Verständnis an vielen Orten dafür gibt, dass es eben Menschen gibt, die nicht männlich und nicht weiblich sind. Und bei mir ist es jetzt eben so, dass ich nach außen hin oft sehr weiblich aussehe, aber halt einen quasi männlich gecodeten Namen habe. Und dass viele Leute einfach überhaupt nicht wissen, was sie damit anfangen sollen und deswegen halt automatisch denken, naja, das ist halt eine Frau mit einem komischen Namen. Und da ist es halt total schwer, irgendwie ein Verständnis dafür zu schaffen, dass ich vielleicht nach außen aussehe wie eine Frau, teilweise mich auch so kleide oder Make-up trage oder so, aber dass das nichts mit Weiblichkeit zu tun hat für mich, genauso wie auch mein Name für mich nichts mit Männlichkeit zu tun hat, sondern ja, einfach Leuten versuchen klarzumachen, dass es auch Sachen jenseits davon gibt sozusagen. Und das ist irgendwie so das, was mir im Alltag so am meisten begegnet. Und womit ich aber auch schon total gekämpft habe, ist auch, wenn es gerade um Asexualität und Aromantik geht, dass einfach in ganz vielen Köpfen das verankert ist, ja, aber Sex und Liebe und vor allem halt romantische Beziehungen, das gehört doch zum Leben dazu, das gehört zum Menschsein dazu. Und wenn du das nicht willst, dann ist doch irgendwas kaputt bei dir oder du bist irgendwie krank oder vielleicht solltest du mal deine Hormone untersuchen lassen oder ja, also solche Sachen, das begegnet mir meistens nicht so direkt, aber es ist so oft impliziert irgendwie in Gesprächen oder in anderen, auch öffentlicheren Kontexten. Und gerade, wenn ich zum Beispiel asexuellen Aktivismus mache, dann begegnet mir das so oft und ich kriege da halt so oft irgendwie Anfeindungen dafür, dass mir halt irgendwie versucht wird, meine Menschlichkeit abzusprechen. Ja. Ja.